Hallo Leute, euer Influencer Mark Bellinghaus. Vor dem Amtsgericht Münster, aber da müssen wir heute nicht hin. Der liebe Herbert ist ganz nervös. Ich bin voller Zuversicht. Ich habe auch meine Ukraine-Flagge mitgebracht für gutes Omen. Und ja, wie gesagt, wir wollen mal gucken, wie lange das dauert. Also, peace out und bis bald.